Ach, wie süß. Ai, Dios mio. Warum bin ich nicht tot? Sie haben mich zurückgelassen. Idiotas. Niemals also wieder erwacht und Billy scheint weg zu sein oder zumindest hat er sich verkrochen, um irgendwas zu schauen wahrscheinlich. Dann gucken wir uns das Wrack nochmal an. Freundlich, freundlich. Okay, haben wir sonst noch was? Ja, schau lieber erstmal nach, bevor du irgendwelche Vermutungen anstellst. Wo ist die Dose? Nein, nein, nein. Suchen Sie das hier? Das gehört mir. Das erinnert mich an früher. Hab damit gelernt, mich zu rasieren. Herr David, sofort. Ich hab auch keinen Rasierschaum mehr. Stört Sie es, wenn ich ihn mir kurz ausleihe? Nicht zütteln! Aber man soll den Schaumform benutzen und schütteln. Steht doch hier drauf. Verraten Sie mir, warum der Rasierschaum so wichtig ist? Oder muss ich InGen fragen? Tja, Billy ist dahinter gekommen und jetzt hat Niemal ein kleines Problem. Die Dose, gehörte meinem Geliebten. Er fiel im Kampf für die Silenische Revolution. Ich habe sonst nichts von ihm. Bitte geben Sie sie zurück. Wie süß. Ich fasse zusammen. Ihr marxistischer Revoluzzerfreund hat es zu seiner obersten Priorität erklärt, sein Gesicht sei nicht glatt zu halten. Muss ein sehr sensibler Typ gewesen sein. Ich bin nicht blöd, Lady. Noch einen Versuch? Schön, fand ich gut. Embryos. Das sind Dinosaurier-Embryos. Sie sind, wenn Sie sie fallen lassen. Hören Sie, Joder. Bild. Vielleicht können wir einen Bild. Klingt interessant. Reden Sie. Okay, jetzt hat Niemal den Kurs gewechselt. Ist wahrscheinlich auch Ihre einzige Möglichkeit, da irgendwie noch rauszukommen mit der Dose. Bitte. Ich erwarte nicht, dass Sie mir vertrauen, aber Sie sollten sie mir einfach zurückgeben und mich gehen lassen. Ich habe eine Tochter. Ich brauche Geld, um sie aus dem Ketter zu holen. Sie liefern, wie es Mädchen dort geht. Sie verdient ein besseres Leben. Im Ernst? Okay, reden Sie weiter. Und damit, das war tatsächlich keine Lüge. Das ist tatsächlich der Beweggrund, warum Niemal hier ist und das tut, was sie tut. Sie hasst Ingen nämlich eigentlich. Und gut, sie kann Ingen damit schaden, das zu klauen und hier Betriebsspionage zu machen. Aber hauptsächlich geht es ihr darum, dass sie Geld braucht, um ihre Tochter aus dem Ghetto zu holen. Und deswegen ist sie so scharf darauf, immer die Dose zu behalten. Wenn ich die Embryos rechtzeitig zu meiner Kontaktperson bringe, springt es für sie eine nette Summe raus. Ingen klopft in den Urlaub die Sulte und drückt vielleicht einen kleinen Weihnachtsbonus raus. Ich mache auf Ihnen einen reichen Mann. Ihre Sulte werden bezahlt. Sie können schädigen und müssen keine Befehle von Anzugträgern werden folgen. Klingt doch gut. Kommen Sie, Billy. Die Bezahlung ist gut und Sie helfen mir, meine Tochter zu retten. Jeder hat halt sowas davon. Okay, das ist der Deal. Erstens, ich bin der Boss. Ich behalte die Embryos und wir bringen sie erst zu ihrem Kontakt, wenn es sicher ist. Keine Ahnung, wie lange die Embryos da drin noch überleben. Das Risiko gehen wir ein. Zweitens, Oskar ist dabei. Warum? Weil er mein Partner ist. Darum. Das geht schon. Vertrauen Sie. Warten Sie erstmal ab und entspannen Sie sich. Nicht jede Frau erlebt auf einer tropischen Insel einen Sonnenuntergang mit Billy Yoda. Spitze. Da ist sie bestimmt scharf drauf. Und damit gibt es eine neue Verbindung zwischen denen. Also, irgendeine Idee, wo genau im Park wir uns befinden? Wir sind nicht weit von der Meeresausstellung entfernt. Und das Telefon dort funktioniert. Zumindest ging es heute Morgen noch. Kommen wir von den Tunneln dorthin? Ich glaube schon. Also gut, gehen Sie vor. Ich will uns so schnell wie möglich hier rausholen. Keine Wissenschaftsprojekte mehr, okay? Okay, verstanden. Zurück bei den Hardings. Und hier sind wir zum Glück erstmal in Sicherheit. Scheint zumindest so, oder? Ich wollte Sie die ganze Zeit schon fragen, warum Sie Ihre Radiosendung nicht mehr machen, Laura. Sie hatten eine Radiosendung? Radio würde ich das nicht nennen. Ich habe mich in das Parksystem eingehackt und was aus meiner Sammlung gespielt. Dafür war ich aber in letzter Zeit zu beschäftigt. Mussten Sie Artie Bridges wirklich zeigen, wie das geht? Ich bereue es ja, aber woher sollte ich wissen, dass er so schlecht ist? Er hat mich angefläht und meinte, es wäre sein Traum, beim Radio zu sein. Er sollte sich lieber weiter um die Hausmeister kümmern. Er ist schrecklich. Stimmt. Deshalb war es wohl nur ein Traum. Huch. Er nimmt seine Sendung übrigens vorher auf, damit er sie während der Arbeitszeit ausstrahlen kann. Habt ihr das gehört? Klang wie eine Ratte. Dinosaurier sind nicht die einzige invasive Spezies, die Ingen auf die Insel mitbrachte. Es gibt viele Ratten in diesen Tunneln. Das Wartungsteam stellt hier unten ständig Fallen auf. Tja, wir haben jetzt eine neue Rattenfalle da hinten drin, aber ich glaube, die wird euch nicht so sehr gefallen. Wo wir schon dabei sind, uns besser kennenzulernen. Warum ist Dr. Wu Chefgenetiker geworden und nicht Sie? Ganz einfach. Wegen der Frösche. Frösche haben ihre Beförderung verhindert? Genauer gesagt, ihre DNS. Bevor wir Dinosaurier klonen konnten, mussten wir entscheiden, wie wir die Lücken in den gefundenen DNS-Sequenzen füllen. Das weiß ich noch von der Tour. Sie haben Dinoblut in Mückenfossilien gefunden, oder? Richtig. Ich wollte ein vollständiges prähistorisches Genom schaffen und zwischen allen verschiedenen DNS-Proben aus dem Bernstein Kreuzverweise erstellen. Das wäre sicherer gewesen. Hätte aber mehr Zeit gekostet, als der Vorstand uns geben wollte. Also hat sogar Hammons keine Kostenscheuen-Philosophie ihrer Grenzen. Genau. Henry, äh, Dr. Wu, schlug vor, die Lücken mit Frosch-DNS zu füllen. Sehr riskant. Wir wissen immer noch nicht von allen Effekten. Aber es war eine schnelle Lösung. Also wurde Henry Chefgenetiker und ich stand dumm da. Ich finde diese Lösung eigentlich, ich muss mal an der Stelle kurz hier mit reinquatschen, die laufen ja sowieso weiter, wie es aussieht, wie sie wollen. Ich finde die Lösung eigentlich ziemlich elegant. So hat man im Prinzip die Logiklücke und im Schiff, dass die Dinosaurier, insofern das später irgendwann vielleicht mal herausgefunden wird, anders aussehen, als sie es vielleicht tatsächlich getan haben. Weil durch diese Frosch-DNA natürlich was vollkommen anderes vom Aussehen her herauskommen kann. Und so, finde ich, haben sie es eigentlich ganz gut gelöst. Es ist ja heutzutage schon die Annahme ziemlich stark verbreitet, dass die meisten Dinosaurier Federn hatten. Von daher sieht wohl kein einziger Dinosaurier auch nur annähernd so aus, wie die hier aussehen. So, jetzt aber mal weiter. Wollen Sie wirklich nicht zum Besucherzentrum, Dr. Sorkin? Ingen sucht dort sicher zuerst, wenn Sie nichts vom Rettungsteam hören. Diese Tunnel reichen nicht bis zum Besucherzentrum. Keine Ahnung, wie Sie das sehen, aber ich will nicht mehr draußen rumlaufen. Ich auch nicht. Keine Angst, Jess. Hier sind wir sicher. Wo führen all diese Türen hin? Zu den Wartungskorridoren. Dort werden alle wichtigen Systeme des Parks gesteuert. Strom, Wasser, Klimatisierung und so weiter. Durch die Tunnel auf dieser Seite sollen Tiere, Personal und Nahrung transportiert werden. Deshalb sind sie so groß. Sie sind vom Wartungsnetz getrennt, um Unfälle zu vermeiden. Hat jemand meine Zigaretten gesehen? Ich dachte, ich hätte noch welche. Rauch ist ungesund. Ich wusste gar nicht, dass Sie rauchen. Normalerweise ein paar Mal am Tag. Aber wir waren ja... beschäftigt. Wo hatten Sie sie zuletzt? Gleich hier in meiner Tasche, dachte ich zumindest. Vielleicht sind Sie rausgefallen, als wir vom Wasserturm gesprungen sind. Glaube ich auch. Naja, ohne sie bin ich wohl eh besser dran. Na, Jess? Ja, was haben wir denn da? Können wir kurz anhalten? Meine Beine bringen mich um. Schätze, wir könnten alle eine Pause brauchen. Und damit wieder zurück. Wir müssen meinen Kontakt am Boot treffen. Wir bleiben hier, bis Oskar zurück ist. Wir wissen doch nicht mal, ob er noch lebt. Oskar geht's gut. Er kommt schon zurück. Und wir werden bleiben. Egal, was passiert. Egal, was passiert? Ich glaube, du musst deine Strategie ändern, mein Freund. Andererseits, vielleicht haben Sie recht. Lade auf, blöde, wir sind hier weg. Keine Zeit, verstecken! Okay, und nie mal läuft, die blöde Kuh. Na toll, und wir müssen uns das ja antun. Versteck dich doch. Gut. Na, Spitze. Na, komm schon. Komm schon, komm schon. Ach, wieso wackelt das denn so extrem? Das wollte ja gerade überhaupt nicht funktionieren, mit dem Hin- und Hergehen. Oh, shit. Billy! Na, toll. Mist! Oh, shit. Ich hab's total verkackt gerade. Und jetzt ist niemand dran. Oh, Mist. Oh, Mist. Na, Jess? Wie sieht's aus? Ihr werdet beobachtet. Ein bisschen vom Lysin-Präparat gefällig? Nein, danke. Wissen Sie was? Warum nicht? Nach dem ganzen Gerenne können Proteine meinen Muskeln wahrscheinlich nur gut tun. Das dachte ich mir auch. Ich habe mich schon seit Karneval nicht mehr so viel bewegt. Jetzt, wo die Parasaurier kein zusätzliches Lysin mehr brauchen, müsste ja ziemlich viel übrig sein. Was das angeht, nicht nur die Parasaurier. Wir haben das Gegenmittel in die Hauptwasserversorgung gegeben. Aber so erreicht es jeden Dinosaurier im Park, die Lysin-Kontingenz. Oh, Mist. Nochmal eine Sache zu diesem Lysin. Ähm, ich dachte eigentlich, dass sie ein Gegenmittel hergestellt hätte, um die Dinosaurier unabhängig zu machen von dem Lysin. Was ich nicht so ganz verstanden hätte, denn das hätte ja bedeutet, sie hätte irgendein Mittel herstellen müssen, das eine sofortige Mutation bei sämtlichen Dinosauriern auslöst, die diesen Gendefekt löst. Aber offenbar haben die einfach nur extrem viel Lysin in sämtliches Trinkwasser gekippt. Und dass das jetzt überall auf der ganzen Insel ist, bedeutet natürlich, dass alle Dinosaurier überleben, auf lange Sicht gesehen. Und was ich mich aber auch frage ist, wie hat es der T-Rex in das sichere Gebiet reingeschafft? Angeblich sollte es doch sicher sein, abgesehen von den Pavelociraptoren, die dort gehalten wurden in dem kleinen Gehege. Fragen über Fragen. Sie sind verrückt. Den Dinosauriern Lysin zu entziehen war der einzige Sicherheitsmechanismus, der sie aus dem globalen Ökosystem fernhielt. Ja, 120 Meilen mehr reichen nicht, genau. Muss ich Sie daran erinnern, dass 120 Meilen mehr die Isla Nublar vom Festland trennen? Die Lysin-Kontingenz war grausam und unnötig. Sind Sie absolut sicher, dass keines dieser Tiere schwimmen kann? Ich bitte Sie, Jerry. So sind die asiatischen Elefanten von Sri Lanka nach Indien gekommen. Sowas ist schon mal passiert. Das ist doch lächerlich. Es gibt keinen Beweis dafür, dass Sauropoden schwimmen konnten. Keinen. Das könnte man ja überprüfen, indem man einfach mal ein Gehege mit Wasserbecken ansetzt und dann mal schaut, ob sie schwimmen gehen oder nicht. Ja, die Sache ist aber, wir laufen gerade zur Meeresausstellung, möchte ich nur so anmerken. Und Meer ist normalerweise Wasser. Von daher, hmm, vielleicht ist da doch irgendwas, das schwimmen kann. Sie sehen sie doch jeden Tag. Haben Sie jemals erlebt, dass einer der Dinosaurier schwimmen wollte? Wir halten sie in Käfigen, Laura. Sie haben also gar keine Gelegenheit. Aber sicher können mehr Vierbeiner schwimmen als nicht schwimmen. Okay, ich gebe zu, dass einige Sauropoden eventuell schwimmen können. Aber ich glaube trotzdem, dass 120 Meilen offenes Wasser eine wirksame Barriere sind. Das stimmt allerdings. Ich glaube, kein einziges Tier sollte es schaffen, 120 Meilen zu schwimmen. Das sind ja noch ein paar Kilometer mehr als bloß 120. Also da sind wir über 200 Kilometer, denke ich mal. Das sollte eigentlich genug sein. Das stimmt schon. Die geringe Möglichkeit, dass ein Dinosaurier zum Festland schwimmt, ist wichtig, angesichts unserer Verantwortung, diese Tiere menschlich zu behandeln. Sie sind unseretwegen hier. Okay, tja, die Sache ist bloß, wenn jetzt alles austickt hier, dann werden am Ende eh bloß die Fleischfresser überleben. Ich will nicht, dass diese Tiere sterben. Wirklich nicht. Aber wir alle haben der Lysinkontingenz zugestimmt. Das war eine Voraussetzung für die Arbeit. Für Sie vielleicht. Aber Sie dürfen nicht vergessen, dass ich schon hier war, bevor von der Lysinkontingenz überhaupt die Rede war. Und wir kriegen langsam mit, was das Problem mit Laura Sorkin ist, denn sie steht so extrem auf der Seite der Dinosaurier, dass sie ihnen ein komplettes Genom ermöglichen wollte, dass sie ihnen ein vernünftiges Leben einräumen will. Also sie setzt sich so sehr dafür ein, dass es den Sauriern gut geht, dass sie sich über sämtliche Regeln hinwegsetzt. Und das wird ein großes Problem mit ihr noch. Die Lysinkontingenz war Henry Wu's Idee als Bewerbungshilfe für die Spitzenstelle. Und sie ist definitiv tödlich. Ich konnte ihn nicht aufhalten, aber ich war niemals damit einverstanden. Nicht eine Sekunde. Sie sind immer noch hier. Überlegen wir mal. Mein Lebenswerk fortführen? Oder zulassen, dass andere es korrumpieren, davon profitieren und mich daran hindern, jemals darüber zu sprechen? Habe ich eine Wahl? Nicht wirklich. Nein, eigentlich nicht. Sie glauben den Umständen und ihrer Herkunft zum Trotz doch nicht wirklich, dass es okay ist, eine Spezies auszurotten. Geschweige denn ganze Speziesgruppen. Niemand hat das Recht dazu. Aber auch niemand hat das Recht, sie wieder ins Leben zu rufen. Das ist, finde ich, ein großes Problem, das die Menschheit hat, dass sie nicht akzeptieren kann, dass Spezies auch mal aussterben können in der Natur. Natürlich hat der Mensch oft eingegriffen und viele Spezies ausgerottet. Aber es kommt auch in der Natur ständig vor, dass Spezies aussterben. Und genauso entstehen neue Spezies. Und wenn die Dinosaurier ausgestorben sind, sollten sie auch ausgestorben bleiben. Es gibt einen Grund dafür, dass sie ausgestorben sind. Das kann so viel verändern auf der Erde. Es kann das komplette Ökosystem durcheinander bringen, wenn man solche Biester wieder freisetzt. Und immerhin hat man sie auch selbst wieder in die Welt gesetzt. Dann sollte es ihnen auch, wenn man schon einmal Gott gespielt hat, warum ist es dann so abwegig, dass man weiterhin Gott spielt und sie daran hindert, sich fortzupflanzen und freizusetzen? Natürlich würde ich ihnen recht geben. Niemandem steht es zu, eine gesamte Spezies zu töten. Aber sie geben doch zu, dass das hier ein Sonderfall ist. Wir sind verantwortlich. Ja, wir sind verantwortlich. Nicht nur für unser eigenes Wohl, sondern auch für das der Tiere. Ich weiß nicht, Laura. Ich muss das erst mal verarbeiten. Ich muss es Ingen sagen. Das verstehe ich. Seid ihr bald fertig? Jess, wo warst du? Ich wollte gerade fragen, wo sie war eigentlich. Ich kann es mir aber denken. Sie hat sich verabgelenkt. Aber macht das nicht nochmal, okay? Klar, okay. Ich kann mir denken, wo sie war. Das kleine, verstohlene Biest.